Die Familie Janssen begrüßt Sie recht herzlich auf dem Storchenhof. Der Storchenhof der Familie Janssen liegt direkt am Elbradweg im europäischen Storchendorf Rühstedt. Machen Sie in unserem gemütlichen Gasthaus eine Rast und genießen Sie bei gutem Essen doch mal einen Sanddorncocktail. Die Ruhe auf unserem Hof, das frische Brot und der leckere Kuchen aus dem Buschbackofen wird Sie begeistern. Ob Familienfeiern, Vereinsfeiern oder Bustouristik, wir bieten Ihnen einen familiären Service und die Räumlichkeiten für jeden Anlass. Gäste, die länger bei uns bleiben möchten, erwartet eine Übernachtung in einem komfortablen Zimmer mit direktem Blick auf die Störche. Zusammen mit der NABU und der Naturschutzstation bieten wir bei Storchentrunk und Begrüßungsgeklapper Erlebnisführungen durch das Storchendorf Rühstedt an. Egal ob im Sommer oder auch im Winter, der Storchenhof und die Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017